herzlich willkommen auf meinem kanal ich möchte dir heute ein buch von heinrich heine vorstellen ich habe dieses vor kurzem im urlaub gelesen und hoffe du findest ebenfalls gefallen daran und los geht's der rabbi von bacherach von heinrich heine erstes kapitel unterhalb des rheingaus wo die ufer des stromes ihre lachende mine verlieren berg und felsen mit ihren abenteuerlichen burgruinen sich trotziger gebärden und eine wildere ernstere herrlichkeit empor steigt dort liegt wie eine schaurige sage der vorzeit die finstere uralte stadt bacherach nicht immer waren so morsch und verfallen diese mauern mit ihren zahnlosen zinnen und blinden wartürmchen in deren luken der wind pfeift und die spatzen nisten in diesen armselig hässlichen lehmgassen die man durch das zerrissene tor erblickt herrschte nicht immer jene öde stille die nur dann und wann unterbrochen wird von schreienden kindern keifenden weibern und brüllenden kühen diese mauern waren einst stolz und stark und in diesen gassen bewegte sich frisches freies leben macht und pracht lust und leid viel liebe und viel hass bacherach gehörte einst zu jenen munizipien welche von den römern während ihrer herrschaft am rhein gegründet worden und die einwohner obgleich die folgenden zeiten sehr stürmisch und obgleich sie später hin unter hohen staufischer und zuletzt unter wittelsbacher oberherrschaft gerieten wussten dennoch nach dem beispiel anderer rheinischen städte ein ziemlich freies gemeinwesen zu unterhalten dieses bestand aus einer verbindung einzelner körperschaften wovon die der patrizischen altbürger und die der zünfte welche sich wieder nach ihren verschiedenen gewerken unterabteilten beiderseitig nach der allein macht rangen so dass sie sämtlich nach außen zu schutz und trutz gegen den nachbarlichen raubadel fest verbunden standen nach innen aber wegen streitender interessen in beständiger spaltung verharrten und daher unter ihnen wenig zusammenleben viel misstrauen oft sogar tätliche ausbrüche der leidenschaft der herrschaftliche vogt saß auf der hohen burg sareck und wie ein fall geschoss er herab wenn man ihn rief und auch manchmal ungerufen die geistlichkeit herrschte im dunkeln durch die verdunkelung des geistes eine am meisten vereinzelte ohnmächtige und vom bürgerrechte allmählich verdrängte körperschaft war die der kleinen judengemeinde die schon zur römerzeit in bacharach sich niedergelassen und späterhin während der großen judenverfolgung ganze scharen flüchtiger glaubensbrüder in sich aufgenommen hatte die große judenverfolgung begann mit den kreuzzügen und wütete am grimmigsten um die mitte des 14 jahrhunderts am ende der großen pest die wie jedes andere öffentliche unglück durch die juden entstanden sein sollte indem man behauptete sie hätten den zorn gottes herab geflucht und mit hilfe der aussätzigen die brunnen vergiftet der gereizte pöbel besonders die horden der flagellanten halbnackte männer und weiber die zur buße sich selbst geißelnd und ein tolles marienlied singen die rheingegend und das übrige süddeutschland durchzogen ermordeten damals viele tausend juden oder marterten sie oder tauften sie gewaltsam eine andere beschuldigung dienen schon in früherer zeit das ganze mittelalter hindurch bis anfang des vorigen jahrhunderts viel blut und angst kostete das war das läppische in chroniken und legenden bis zum ekel oft wiederholte märchen dass die juden geweihte hostien stählen die sie mit messern durchstärchen bis das blut herausfließe und dass sie an ihrem pascher feste christen kinder schlachteten um das blut derselben bei ihrem nächtlichen gottesdienste zu gebrauchen die juden hinlänglich verhasst wegen ihres glaubens ihres reichtums und ihrer schuldbücher waren an jenem festtage ganz in den händen ihrer feinde die ihr verderben nur gar zu leicht bewirken konnten wenn sie das gerücht eines solchen kindermordes verbreiteten vielleicht gar einen blutigen kinderleichnam in das verfehmte haus eines juden heimlich hinein schwärzten und dort nächtlich die betende judenfamilie überfielen wo als dann gemordert geplündert und getauft wurde und große wunder geschahen durch das vorgefundene tote kind welches die kirche am ende gar kanonisierte sankt werner ist ein solcher heiliger und ihm zu ehren war zu oberwesel jene prächtige abtei gestiftet die jetzt am rhein eine der schönsten ruinen bildet und mit der gotischen herrlichkeit ihrer langen spitzbügigen fenster stolz emporschießender pfeiler und steinschnitzelein und so sehr entzückt wenn wir an einem heiter grünen sommertage vorbeifahren und ihren ursprung nicht kennen zu ehren dieses heiligen wurden am rhein noch drei andere große kirchen errichtet und unzählige juden getötet oder misshandelt dies geschah im jahr 1287 und auch zu bacherach wo eine von diesen sankt werners kirchen gebaut wurde erging damals über die juden viel drangsal und elend doch zwei jahrhunderte seitdem blieben sie verschont von solchen anfällen der volkswut obgleich sie noch immer hinlänglich angefeindet und bedroht wurden je mehr aber der hass sie von außen bedrängte desto inniger und traulicher wurde das häusliche zusammenleben desto tiefer wurzelte die frömmigkeit und gottesfurcht der juden von bacherach ein muster gottgefälligen wandels war der dortige rabbiner genannte rabbi abraham ein noch jugendlicher mann der aber weit und breit wegen seiner gelehrtheit berühmt war er war geboren in dieser stadt und sein vater der dort ebenfalls rabbiner gewesen hatte ihm in seinem letzten willen befohlen sich demselben amt zu widmen und bacherach nie zu verlassen es sei denn wegen lebensgefahr dieser befehl und ein schrank mit seltenen büchern war alles was sein vater der bloß in armut und schriftgelehrtheit lebte ihm hinterließ dennoch war rabbi abraham ein sehr reicher mann verheiratet mit der einzigen tochter seines verstorbenen vaterbruders welcher den juwelenhandel getrieben erbte er dessen große reichtümer einige fuchsbärte in der gemeinde deuteten darauf hin als wenn der rabbi eben des geldes wegen seine frau geheiratet habe aber sämtliche weiber widersprachen und wussten alte geschichten zu erzählen wie der rabbi schon vor seiner reise nach spanien verliebt gewesen in sarah man hieß sie eigentlich die schöne sarah und wie sarah sieben jahre warten musste bis der rabbi aus spanien zurückkehrte indem er sie gegen den willen ihres vaters und selbst gegen ihre eigene zustimmung durch den traurigen geheiratet hatte jedweder jude nämlich kann ein jüdisches mädchen zu seinem rechtmäßigen eheweibe machen wenn es ihm gelang ihr einen ring an den finger zu stecken und dabei die worte zu sprechen ich nehme dich zu meinem weibe nach den sitten von moses und israel bei der erwähnung spaniens pflegten die fuchsbärte auf eine ganz eigene weise zu lächeln und das geschah wohl wegen eines dunklen gerüchts dass rabbi abraham auf der hohen schule zu toledo zwar emsig genug das studium des göttlichen gesetzes getrieben aber auch christliche gebräuche nachgeahmt und freigeistige denkungsart eingesogen habe gleich jenen spanischen juden die damals auf einer außerordentlichen höhe der bildung standen im innern ihrer seele aber glaubten jene fuchsbärte sehr wenig an der wahrheit des angedeuteten gerüchts denn überaus rein fromm und ernst war seit seiner rückkehr aus spanien die lebensweise des rabbi die kleinlichsten glaubens gebräuche übte er mit ängstlicher gewissenhaftigkeit alle montag und donnerstag pflegte er zu fasten nur am sabbat oder an anderen feiertagen genoss er fleisch und wein sein tag verflossen gebet und studium des tages erklärte er das göttliche gesetz im kreise der schüler die der ruhm seines namens nach bacherach gezogen und des nachts betrachtete er die sterne des himmels oder die augen der schönen sarah kinderlos war die ehe des rabbi dennoch fehlte es nicht um ihn her an leben und bewegung der große saal seines hauses welches neben der synagoge lag stand offen zum gebrauche der ganzen gemeinde hier ging man aus und ein ohne umstände verrichtete schleunige gebete oder holte neuigkeiten oder hielt beratung in allgemeiner not hier spielten die kinder am sabbat morgen während in der synagoge der wöchentliche abschnitt verlesen wurde hier versammelte man sich bei hochzeit und leichen zügen und zankte sich und versöhnte sich hier fand der frierende einen warmen ofen und der hungrige einen gedeckten tisch außerdem bewegten sich um den rabbi noch eine menge verwandte brüder und schwestern mit ihren weibern und kindern sowie auch seine und seiner frau gemeinschaftliche öhme und mumen eine weitläufige sipp schafft die alle den rabbi als familienhaupt betrachteten im hause desselben früh und spät verkehrten und an hohen festtagen sämtlich dort zu speisen pflegten solche gemeinschaftlichen familienmale im rabbiner hause fanden ganz besonders statt bei der jährlichen feier des pascha eines uralten wunderbaren festes das noch jetzt die juden in der ganzen welt am vorabend des 14 tages im monat nissen zum ewigen gedächtnisse ihre befreiung aus der ägyptischen knechtschaft folgendermaßen begehen sobald es nacht ist zündet die hausfrau die lichter an breitet das tafeltuch über den tisch legt in der mitte desselben drei von den platten ungesäuerten bröten verdeckt sie mit einer serviette und stellt auf diesen erhöhten platz sechs kleine schüsseln worin symbolische speisen enthalten nämlich ein ei lattich mairettich wurzel ein lammknochen und eine braune mischung von rosinen zimmel und nüssen an diesen tisch setzt sich der hausvater mit allen verwandten und genossen und liest ihnen vor aus einem abenteuerlichen buche dass die agade heißt und dessen inhalt eine seltsame mischung ist von sagen der vorfahren wundergeschichten aus ägypten kuriosen erzählungen streitfragen gebeten und festliedern eine große abendmahlzeit wird in die mitte dieser feier eingeschoben und sogar während des vorlesens wird zu bestimmten zeiten etwas von den symbolischen gerichten gekostet sowie als dann auch stückchen von den ungesäuerten brote gegessen und vier becher roten weines getrunken werden wehmütig heiter ernsthaft spielend und märchenhaft geheimnisvoll ist der charakter dieser abendfeier und der herkömmlich singende ton womit die agade von dem hausvater vorgelesen und zuweilen chorartig von den zuhörern nachgesprochen wird klingt so schauervoll innig so mütterlich einlullend und zugleich so hastig aufweckend dass selbst diejenigen juden die längst von dem glauben ihrer väter abgefallen und fremden freuden und ehren nachgesagt sind in tiefsten herzen erschüttert werden wenn ihnen die alten wohlbekannten pascher klänge zufällig ins ohr dringen im großen saale seines hauses saß einst rabbi abraham und mit seinen anverwandten schülern und übrigen gästen beginnt er die abendfeier des pascher festes im saale war alles mehr als gewöhnlich blank über den tisch zog sich die bunt gestickte seidendecke deren goldfransen bis auf die erde hingen traulich schimmerten die tellerchen mit den symbolischen speisen sowie auch die hohen wein gefüllten becher woran als zierrad lauter geschichten von getriebener arbeit die männer saßen in ihren schwarzmänteln und schwarzen platthüten und weißen hals bergen die frauen in ihren wunderlich glitzernden kleiden von lombardischen stoffen trugen um haupt und hals ihr gold und perlengeschmeide und die silberne sabbat lampe goss ihr festlichstes licht über die andächtig vergnügten gesichter der alten und jungen auf den purpurnen sammet kissen eines mehr als die übrigen erhabenen sessels und angelehnt wie es der gebrauch heißt saß rabbi abraham und las und sang die agade und der bunte chor stimmte ein oder antwortete bei den vorgeschriebenen stellen der rabbi trug ebenfalls sein schwarzes festkleid seine edel geformten etwas strengen züge waren milder denn gewöhnlich die lippen lächelten hervor aus dem braunen barte als wenn sie viel holdes erzählen wollten und in seinen augen schwamm es wie selige erinnerung und ahnung die schöne sarah die auf einem ebenfalls erhabenen sammetsessel an seiner seite saß trug als wirtin nichts von ihrem geschmeide nur weißes linnen umschloss ihren schlanken leib und ihr frommes antlitz dieses antlitz war rührend schön wie denn überhaupt die schönheit der jüdinnen von eigentümlich rührender art ist das bewusstsein des tiefen elends der bittern schmach und der schlimmen fahrnisse worinnen ihre verwandten und freunde leben verbreitet über ihre holden gesichtszüge eine gewisse leidende innigkeit und beobachtende liebesangst die unsere herzen sonderbar bezaubern so saß heute die schöne sarah und sah beständig nach den augen ihres mannes dann und wann schaute sie auch nach der vor ihr liegenden agade dem hübschen in gold und samt gebundenen pergament buche einem alten erbstück mit verjährten weinflecken aus den zeiten ihres großvaters und worin so viele keck und bunt gemalten bilder die sie schon als kleines mädchen am pascha abend so gerne betrachtete und die allerlei biblische geschichten darstellten als da sind wie abraham die steinernen götzen seines vaters mit dem hammer in zwei klopft wie die engel zu ihm kommen wie moses den mitsri totschlägt wie pharao prächtig auf dem throne sitzt wie ihm die frösche sogar bei tisch keine ruhe lassen wie er gott sei dank ersäuft wie die kinder israel vorsichtig durch das rote meer gehen wie sie offenen maules mit ihren scharfen kühen und ochsen vor dem berge sinai stehen dann auch wie der frommel könig david die harfe spielt und endlich wie jerusalem mit den türmen und zinnen seines tempels bestrahlt wird vom glanze der sonne der zweite becher war schon eingeschenkt die gesichter und stimmen wurden immer heller und der rabbi in dem er einst der ungesäuerten osterbröte ergriff und heiter grüßend empor hielt las er folgende worte aus der agade siehe das ist die kost die unsere väter in ägypten genossen jeglicher den es hungert er komme und genieße jeglicher der da traurig er komme und teile unsere pascherfreude gegenwärtigen jahres feiern wir hier das fest aber zum kommenden jahre im lande israels gegenwärtigen jahres feiern wir es noch als knechte aber zum kommenden jahre als söhne der freiheit da öffnete sich die saaltüre und hereintraten zwei große blasse männer in sehr weiten mänteln gehüllt und der eine sprach friede sei mit euch wir sind reisende glaubensgenossen und wünschen das pascherfest mit euch zu feiern und der rabbi antwortete rasch und freundlich mit euch sei frieden setzt euch nieder in meiner nähe die beiden fremdlinge setzten sich alsbald zu tische und der rabbi fuhr fort im vorlesen manchmal während die übrigen noch im zuge des nachsprechens waren warf er kosende worte nach seinem weibe und anspielend auf den alten scherz dass ein jüdischer hausvater sich an diesem abend für einen könig hält sagte er zu ihr freue dich meine königin sie aber antwortete wehmütig lächelnd es fehlt uns ja der prinz und damit meinte sie den sohn des hauses der wie eine stelle in der agade es verlangt mit vorgeschriebenen worten seinen vater und die bedeutung des festes befragen soll der rabbi erwiderte nichts und zeigte bloß mit dem finger nach einem eben aufgeschlagenen bilde in der agade wo überaus anmutig zu schauen war wie die drei engel zu abraham kommen um zu verkünden dass ihm ein sohn geboren werde von seiner gattin sarah welche unterdessen weiblich pfiffig hinter der zelttüre steht um die unterredung zu belauschen dieser leise wink goss dreifaches rot über die wangen der schönen frau sie schlug die augen nieder und sah dann wieder freundlich empor nach ihrem manne der singend fortfuhr im vorlesen der wunderbaren geschichte wie rabbi jesua rabbi elisa rabbi asaria rabbi akiba und rabbi tafen in bunabrak angelehnt saßen und sich die ganze nacht vom auszuge der kinder israel aus ägypten unterhielten bis ihre schüler kamen und ihnen zuriefen es sei tag und in der synagoge verlese man schon das große morgengebet derweilen nun die schöne sarah andächtig zuhörte und ihren mann beständig ansah bemerkte sie wie plötzlich sein antlitz in grausiger verzerrung erstarrte das blut aus seinen wangen und lippen verschwand und seine augen wie eiszapfen hervorklotzten aber fast im selben augenblicke sah sie wie seine züge wieder die vorherige ruhe und heiterkeit annahm wie seine lippen und wangen sich wieder röteten seine augen munter umherkreisten ja wie sogar eine ihm sonst ganz fremde tolle laune sein ganzes wesen ergriff die schöne sarah erschrak wie sie noch nie in ihrem leben erschrocken war und ein inneres grauen stieg kältend in ihr auf weniger wegen der zeichen von starrem entsetzen die sie einen moment lang im gesichte ihres mannes erblickt hatte als wegen seiner jetzigen fröhlichkeit die allmählich in jauchzende ausgelassenheit überging der rabbi schob sein barett spielend von einem ohre nach dem anderen zupfte und gräuselte posierlich seine bartlocken sang den agadetext nach der weise eines gassenhauers und bei der aufzählung der ägyptischen plagen wo man mehrmals den zeigefinger in den vollen becher eintunkt und den anhängenden weintropfen zur erde wirft bespritzte der rabbi die jüngeren mädchen mit rotwein und es gab großes klagen über verdorbene halskrausen und schallendes gelächter immer unheimlicher ward es der schönen sarah bei dieser krampfhaft sprudelnden lustigkeit ihres mannes und beklommen von namenloser bangigkeit schaute sie in das summende gewimmel der bunt beleuchteten menschen die sich behaglich breit hin und her schaukelten an den dünnen pascher bröten knopperten oder wein schlurften oder miteinander schwatzten oder laut sangen überaus vergnügt da kam die zeit wo die abendmahlzeit gehalten wird alle standen auf um sich zu waschen und die schöne sarah holte das große silberne mit getriebenen goldfiguren reich verzierte waschbecken dass sie jedem der gäste vorhielt während ihm wasser über die hände gegossen wurde als sie auch dem rabbi diesen dienst erwies plinzelte ihr dieser bedeutsam mit den augen und schlicht zur türe hinaus die schöne sarah folgte ihm auf dem fuße hastig ergriff der rabbi die hand seines weibes eilig zog er sie fort durch die dunklen gassen bacherachs eilig zum tor hinaus auf die landstraße die den rhein entlang nach bingen führte es war eine jener frühlingsnächte die zwar lau genug und hell gestirnt sind aber doch die seele mit seltsamen schauern erfüllen leichenhaft dufteten die blumen schadenfroh und zugleich selbst beängstigt zwitscherten die vögel der mond warf heimtückisch gelbe streiflichter über den dunkel hinmurmelnden strom die hohen felsenmassen des ufers schienen bedrohlich wackelnde riesenhäupter der turmwächter auf burg strahleck blies eine melancholische weise und dazwischen läutete eifrig gellend das sterbe glöckchen der st werners kirche die schöne sarah trug in der rechten hand das silberne waschbecken ihre linke hielt der rabbi noch immer gefasst und sie fühlte wie seine finger eiskalt waren und wie sein arm zitterte aber sie folgte schweigend vielleicht weil sie von jeher gewohnt ihre manne blindlings und fragenlos zu gehorchen vielleicht auch weil ihre lippen vor innerer angst verschlossen waren unterhalb der burg sonnig lorch gegenüber ungefähr wo jetzt das dörfchen niederrheinbach liegt erhebt sich eine felsenplatte die bogenartig über das rheinufer hinaus hängt diese erstieg rabbi abraham mit seinem weibe schaute sich um nach allen seiten und starrte hinauf nach den sternen zitternd und von todesängsten durchfröstet stand neben ihm die schöne sarah und betrachtete sein blasses gesicht das der mond gespenstisch beleuchtete und worauf es hin und her zuckte wie schmerz furcht andacht und wut als aber der rabbi plötzlich das silberne waschbecken ihr aus der hand riss und es schollend hinab warf in den rhein da konnte sie das grausenhafte angstgefühl nicht länger ertragen und mit dem ausrufe schadei voller genade stürzte sie zu den füßen des mannes und beschwor ihn das dunkle rätsel endlich zu enthüllen der rabbi des sprechens ohnmächtig bewegte mehrmals lautlos die lippen und endlich rief er siehst du den engel des todes dort unten schwebt er über bacherach wir aber sind seinem schwerte entronnen gelobt sei der herr und mit einer stimme die noch vor innerem entsetzen bebte erzählte er wie er wohlgemut die agade hinsingt und angelehnt saß und zufällig unter den tisch schaute habe er dort zu seinen füßen den blutigen leichnam eines kindes erblickt da merkte ich setzte der rabbi hinzu dass unsere zwei späte gäste nicht von der gemeinde israels waren sondern von der versammlung der gottlosen die sich beraten hatten jenen leichnam heimlich in unser haus zu schaffen um uns des kindermordes zu beschuldigen und das volk aufzureizen uns zu plündern und zu ermorden ich durfte nicht merken lassen dass sich das werk der finsternis durchschaut ich hätte dadurch nur mein verderben beschleunigt und nur die list hat uns beide gerettet gelobt sei der herr ängstige dich nicht schöne sarah auch unsere freunde und verwandte werden gerettet seien nur nach meinem blute lächzen die ruchlosen ich bin ihnen entronnen und sie begnügen sich mit meinem silber und golde komm mit mir schöne sarah nach einem anderen lande wir wollen das unglück hinter uns lassen und damit uns das unglück nicht verfolge habe ich ihm das letzte meiner habe das silberne becken zur versöhnung hingeworfen der gott unserer väter wird uns nicht verlassen komm herab du bist müde dort unten steht bei seinem kane der stille wilhelm erfährt uns den rhein hinauf lautlos und wie mit gebrochenen gliedern war die schöne sarah in die arme des rabbi hingesunken und langsam trug er sie hinab nach dem ufer hier stand der stille wilhelm ein taubstummer aber bildschöner knabe der zum unterhalt seiner alten pflegemutter einer nachbarin des rabbi den fischfang trieb und hier seinen kahn angelegt hatte es war aber als erriete er schon gleich die absicht des rabbi ja es schien als habe er eben auf ihn gewartet um seine geschlossenen lippen zog sich das lieblichste mitleid bedeutungstief ruten seine großen blauen augen auf der schönen sarah und sorgsam trug er sie in den kahn der blick des stummen knaben weckte die schöne sarah aus ihrer betäubung sie fühlte auf einmal dass alles was ihr mann ihr erzählt kein bloßer traum sei und ströme bitterer tränen ergossen sich über ihre wangen die jetzt so weiß wie ihr gewand da saß sie nun in der mitte des kahns ein weinendes marmorbild neben ihr saßen ihr mann und der stille wilhelm welche emsig ruderten sei es nun durch den einförmigen ruderschlag oder durch das schaukeln des fahrzeugs oder durch den duft jenes berges ufer worauf die freude wächst immer geschieht es dass auch der betrübteste seltsam beruhigt wird wenn er in der frühlingsnacht in einem leichten karne leicht dahin fährt auf dem lieben klaren rein strom wahrlich der alte gutherzige vater rhein kann es nicht leiden wenn seine kinder weinen tränenstillend wiegt er sie auf seinen treuen armen und erzählt ihnen seine schönsten märchen und verspricht ihnen seine goldigsten schätze vielleicht gar den uralt versunkenen lieblungs hort auch die tränen der schönen sarah flossen immer milder und milder ihre gewaltigsten schmerzen wurden fortgespielt von den flüsternden wellen die nacht verlor ihr finsteres grauen und die heimatlichen berge grüßten wie zum zärtlichsten lebewohl vor allem aber grüßte traulich ihr lieblingsberg der ketrig und in seiner seltsamen mondbeleuchtung schien es als stände wieder oben ein fräulein mit ängstlich ausgestreckten armen als gröchen die flinken zwergelein wimmelnd aus ihren felsen spalten und als käme ein reuter den berg hinauf gesprengt in vollem galopp und der schönen sarah war zumute als sei sie wieder ein kleines mädchen und säße wieder auf dem schoße ihrer muhme aus lorch und diese erzählt ihr die hübsche geschichte von dem kecken reuter der das arme von den zwergen geraubte fräulein befreite und noch andere wahre geschichten vom wunderlichen wispertale drüben wo die vögel ganz vernünftig sprechen und vom pfefferkuchenland wohin die folgsamen kinder kommen und verwünschten prinzessinnen singenden bäumen gläsernen schlössern goldenen brücken lachenden nixen aber zwischen all diesen hübschen märchen die klingend und leuchtend zu leben begann hörte die schöne sarah die stimme ihres vaters der ärgerlich die arme muhme ausschallt dass sie dem kinde so viel torheiten in den kopf schwatze als bald kam sie vor als setzte man sie auf das kleine bänkchen vor dem sammelsessel ihres vaters der mit weicher hand ihr langes haar streichelte gar vergnügt mit den augen lachte und sich behaglich hin und her wiegte in seinem weiten blauseidenen sabbat schlafrock es musste wohl sabbat sein denn die geblümte decke war über den tisch gespreitet alle geräte im zimmer leuchteten spiegelblank gescheuert der weißpärtige gemeindediener saß an der seite des vaters und kaute rosinen und sprach hebräisch auch der kleine abraham kam herein mit einem allmächtig großen buche und bat bescheidendlich seinen urheim um die erlaubnis einen abschnitt der heiligen schrift erklären zu dürfen damit der oheim sich selber überzeugen dass er in der verflossenen woche viel gelernt habe und viel lob und kuchen verdiene nun legte der kleine bursche das buch auf die breite armlehne des sessels und erklärte die geschichte von jakob und rahel wie jakob seine stimme erhoben und laut geweint als er sein mümchen rahel zuerst erblickte wie er so traulich am brunnen mit ihr gesprochen wie er sieben jahre um rahel dienen musste und wie sie ihm so schnell verflossen und wie er die rahel geheiratet und immer und immer geliebt hat auf einmal erinnerte sich auch die schöne sarah dass ihr vater damals mit lustigen tone ausrief willst du nicht ebenso dein mümchen sarah heiraten worauf der kleine abraham ernsthaft antwortete das will ich und sie soll sieben jahre warten dämmernd zogen diese bilder durch die seele der schönen frau sie sah wie sie und ihr kleiner vetter der jetzt so groß und ihr mann geworden kindisch miteinander in der laubehütte spielten wie sie sich dort ergötzten an den bunten tapeten blumen spiegeln und vergoldeten äpfeln wie der kleine abraham immer zärtlich mit ihr koste bis er allmählich größer und mürrisch wurde und endlich ganz groß und ganz mürrisch und endlich sitzt sie zu hause allein in ihrer kammer eines samstags abend der mond scheint hell durchs fenster und die tür fliegt auf und hastig stürmt herein ihr fetter abraham in reisekleidern und blass wie der tod und er greift ihre hand steckt einen goldenen ring an ihren finger und spricht feierlich ich nehme dich hiermit zu meinem weibe nach den gesetzen von moses und israel jetzt aber setzt der bebend hinzu jetzt muss ich fort nach spanien lebe wohl sieben jahr sollst du auf mich warten und er stürzt fort und weinend erzählt die schöne sarah das alles ihrem vater der tobt und wütet schneid ab dein haar denn du bist ein verheiratetes weib und er will dem abraham nachreiten um einen scheidebrief von ihm zu erzwingen aber der ist schon über alle berge der vater kehrt schweigend nach haus zurück und wie die schöne sarah ihm die reitstiefel ausziehen hilft und besänftigend äußert dass der abraham nach sieben jahr zurückkehre da flucht der vater sieben jahr sollt ihr betteln gehen und bald stirbt er so zogen der schönen sarah die alten geschichten durch den sinn wie ein hastiges schattenspiel die bilder vermischten sich auch wunderlich und zwischendurch schauten halb bekannte halb fremde wertige gesichter und große blumen mit fabelhaft breitem blattwerk es war auch als murmelte der rhein die melodien der agade und die bilder derselben stiegen daraus hervor lebensgroß und verzerrt tolle bilder der erzvater abraham zerschlägt ängstlich die götzen gestalten die sich immer hastig wieder von selbst zusammensetzten der mitsri wert sich furchtbar gegen den ergrimmten moses der berg sinai blitzt und flammt der könig pharao schwimmt im roten meere mit den zähnen im maule die zackige goldkrone festhaltend frösche mit menschen antlitz schwimmen hintendrein und die wellen schäumen und brausen und eine dunkle riesenhand taucht drohend daraus hervor das war hatos mäuseturm und der kahn schoss eben durch den binger strudel die schöne sarah war dadurch etwas aus ihrem träumereien gerüttelt und schaute nach den bergen des ufers auf deren spitzen die schlosslichter flimmerten und an deren fuß die mondbeleuchteten nachtnebel sich hinzogen plötzlich aber glaubte sie dort ihre freunde und verwandte zu sehen wie sie mit leichengesichtern und den weißwallenden toten hemden schrecken hastig vorbei liefen den rhein entlang es war dir schwarz vor den augen ein eisstrom ergoss sich in ihre seele und wie im schlafe hörte sie nur noch dass ihr der rabbi das nachtgebet vorbittete langsam ängstlich wie es bei todkranken leuten geschieht und träumerisch stammelt sie noch die worte zehntausend zu rechten zehntausend zu linken den könig zu schützen von nächtlichem grauen da verzog sich plötzlich all das eindringende dunkel und grausen der düstere vorhang ward vom himmel fortgerissen es zeigte sich oben die heilige stadt jerusalem mit ihren türmen und toren in goldener pracht leuchtete der tempel auf dem vorhofe desselben erblickte die schöne sarah ihren vater in seinen gelben sabbat schlafrock und vergnügt mit den augen lachend aus den runden tempel fenstern grüßten fröhlich alle ihre freunde und verwandte im allerheiligsten kniete der fromme könig david mit purpurmantel und funkelnder krone und lieblich ertönte sein gesang und seitenspiel und selig lächelnd entschlief die schöne sarah zweites kapitel als die schöne sarah die augen aufschlug war sie fast geblendet von den strahlen der sonne die hohen türme einer großen stadt erhoben sich und der stumme wilhelm stand mit der hakenstange aufrecht im karne und leitete denselben durch das lustige gewühl vieler bunt bewimpelter schiffe deren mannschaft entweder müßig hinab schaute auf die vorbeifahrenden oder vielhändig beschäftigt war mit dem ausladen von kisten ballen und fässern die auf kleineren fahrzeugen ans land gebracht wurden wobei ein betäubender lärm das beständige hallo rufen der barkenführer das geschrei der kaufleute vom ufer her und das keifen der zöllner die in ihren roten röcken mit weißen stäbchen und weißen gesichtern von schiff zu schiff hüpften ja schöne sarah sagte der rabbi zu seiner frau heiter lächelnd das ist hier die weltberühmte freie reichs- und handelsstadt frankfurt am main und das ist eben der mainfluss worauf wir jetzt fahren da drüben die lachenden häuser umgeben von grünen hügeln das ist sachsenhausen woher uns der lahme gumpert zur zeit des lauberhütten festes die schönen mürren holt hier siehst du auch die starke mainbrücke mit ihren 13 bögen und gar viel volkwagen und pferde geht sicher darüber hin und in der mitte steht das häuschen wovon die mümele täubchen erzählt hat dass ein getaufter jude darin wohnt der jedem der ihm eine tote ratte bringt sechs helle auszahlt für die rechnung der jüdischen gemeinde die dem stadtrate jährlich 5000 rattenschwänze abliefern soll über diesen krieg den die frankfurter juden mit den ratten zu führen haben musste die schöne sarah laut lachen das klare sonnenlicht und die neue bunte welt die vorher auftauchte hatte alles grauen und entsetzen der vorigen nacht aus ihrer seele verscheucht und als sie aus dem landen kane von ihrem manne und dem stummen wilhelm ans ufer gehoben wurde fühlte sie sich durchdrungen von freudiger sicherheit der stumme wilhelm aber mit seinen schönen tiefblauen augen sah ihr lange ins gesicht halb schmerzlich halb heiter dann war für noch einen bedeutenden blick nach dem rabbi sprang zurück in seinen kahn und bald war damit verschwunden der stumme wilhelm hat doch viele ähnlichkeit mit meinem verstorbenen bruder bemerkte die schöne sarah die engel sehen sich alle ähnlich erwiderte leichten der rabbi und sein weib bei der hand ergreifend führte er sie durch das menschengewimmel des ufers wo jetzt weil es die zeit der ostermesse eine menge hölzerner krambuden aufgebaut standen als sie durch das dunkle meintor in die stadt gelangten fanden sie nicht minderlärmigen verkehr hier in einer engen straße erhob sich ein kaufmannsladen neben dem anderen und die häuser wie überall in frankfurt waren ganz besonders zum handel eingerichtet im erdgeschosse keine fenster sondern lauter offene bogentüren so dass man tief hineinschauen und jeder vorübergehende die ausgestellten waren deutlich betrachten konnte wie staunte die schöne sarah ob der masse kostbarer sachen und ihrer nie gesehenen bracht da standen venezianer die allen luxus des morgenlands und italiens feilboten und die schöne sarah war wie festgebannt beim anblick der aufgeschichteten putzsachen und kleinodien der bunten mützen und mieder der güldenen armspangen und halsbänder des ganzen flittergrams dass die frauen sehr gern bewundern und womit sie sich noch lieber schmücken die reich gestickten samt und seidenstoffe schienen mit der schönen sarah sprechen und ihr allerlei wunderliches ins gedächtnis zufunkeln zu wollen und es war ihr wirklich zumute als wäre sie wieder ein kleines mädchen und mümelnde täubchen habe ihr versprechen erfüllt und sie nach der frankfurter messe geführt und jetzt eben stehe sie vor den hübschen kleidern wovon ihr so viel erzählt worden mit heimlicher freude überlegte sie schon was sie nach bacherach mitbringen wolle welchem von ihren beiden bäschen dem kleinen blümchen oder dem kleinen vögelchen der blauseidene gürtel am besten gefallen würde ob auch die grünen höschen dem kleinen gottschalk passen mögen doch plötzlich sagte sie zu sich selber ach gott die sind ja unterdessen groß gewachsen und gestern umgebracht worden sie schrack heftig zusammen und die bilder der nacht wollten schon mit all ihrem entsetzen wieder in ihr aufsteigen doch die goldgestickten kleider blinzelten nach ihr wie mit tausend schelmen augen und redeten ihr alles dunkle aus dem sinn und wie sie hinauf sah nach dem antlitz ihres mannes so war dieses unumwölkt und druck seine gewöhnliche ernste milde macht die augen zu schöne sache sagte der rabbi und führte seine frau weiter durch das menschengetränke welch ein buntes treiben zumeist waren es handelsleute die laut miteinander falschten oder auch mit sich selber sprechend an den fingern rechneten oder auch von einigen hoch bepackten markthelfern die im kurzen hundetrapp hinter ihnen her liefen ihre einkäufe nach der herberge schleppen ließen andere gesichter ließen merken dass bloß die neugier sie herbeigezogen am roten mantel und der goldenen halskette erkannte man den breiten ratsherrn das schwarze wohlhabend bauschichte wams verriet den ehrsamen stolzen altbürger die eiserne pickelhaube das gelb lederne wams und die klirrenden fundsporen verkündigten den schweren reitersknecht unterm schwarzen sammethäubchen das in einer spitze auf der stirne zusammen lief bag sich ein rosiges mädchengesicht und die jungen gesellen die gleich witternden jagdhunden hintendrein sprangen zeigten sich als vollkommene stutzer durch ihre keck befiederten barette ihre klingelnden schnabelschuhe und ihre seidenen kleider von geteilter farbe wo die rechte seite grün die linke seite rot oder die eine regenbogenartig gestreift die andere buntschäckig gewürfelt war so dass die närrischen burschen aussahen als wären sie in der mitte gespalten von der menschenströmung fortgezogen gelangte der rabbi mit seinem weibe nach dem römer dieses ist der große mit hohen giebelhäusern umgebende marktplatz der stadt seinen namen führend von einem ungeheuren hause das zum römer hieß und vom magistrate angekauft und zu einem rathaus geweiht wurde in diesem gebäude wählte man deutschlands kaiser und vor demselben wurden oft edle ritterspiele gehalten der könig maximilian der dergleichen leidenschaftlich liebte war damals in frankfurt anwesend und tags zuvor hatte man ihm zu ehren vor dem römer ein großes stechen veranstaltet an den hölzernen schranken die jetzt von den zimmerleuten abgebrochen wurden standen noch viele müßiggänger und erzählten sich wie gestern der herzog von braunschweig und der markgraf von brandenburg unter pauken und trompeten schall gegeneinander gerannt wie herr walter der lump den bärenritter so gewaltig aus dem sattel gestoßen dass die lanzensplitter in die luft flogen und wie der lange blonde könig max im greise seines hofgesindes auf dem balkone stand und sich vor freuden die hände rieb die decken von goldenen stoffen lagen noch auf der lehne des balkons und der spitzbüggigen rathaus fenster auch die übrigen häuser des marktplatzes waren noch festlich geschmückt und mit wappenschildern verziert besonders das haus limburg auf dessen banner eine jungfrau gemalt war die einen sperrbar auf der hand trägt wenn die ein affe einen spiegel vorhält auf dem balkone dieses hauses standen viele ritter und damen in lächelnder unterhaltung knapp blickend auf das volk das unten in tollen gruppen und aufzügen hin und her wogte welche menge müßiggänger von jedem stande und alter drängte sich hier um ihre schaulust zu befriedigen hier wurde gelacht gegreint gestohlen in die länden gekniffen gejubelt und zwischendrein schmetterte gellend die trompete des arztes der im roten mantel mit seinem hanswurst und affen auf einem hohen gerüste stand seine eigene kunstfertigkeit recht eigentlich ausposaunte seine tinkturen und wundersalben an pries oder ernsthaft das uringlas betrachtete dass ihm irgendein altes weib vorhielt oder sich anschickte einem armen bauern den backzahn auszureißen zwei fechtmeister in bunten bändern einher flattern ihre rapiere schwingend begegneten sich hier wie zufällig und stießen mit scheinzorn aufeinander nach langem gefechte erklärten sie sich wechselseitig für unüberwindlich und sammelten einige pfennige mit trommler und pfeifer marschierte jetzt vorbei die neu errichtete schützengilde hierauf folgte angeführt von dem stücker der eine rote fahne trug ein rudelfahrender fräulein die aus dem frauenhause zum esel von würzburg her kam und nach dem rosenthal hinzogen wo die hochlöbliche obrigkeit ihnen für die messzeit ihr quartier angewiesen macht die augen zu schöne sarah sagte der rabbi denn jene fantastisch und allzu knapp bekleideten weibs bilder worunter einige sehr hübsche gebärdeten auf die unzüchtigste weise entblößten ihren weißen frechen busen neckten die vorübergehenden mit schamlosen worten schwangen ihre langen wanderstücke und indem sie auf letzteren wie auf stecken pferden die sankt katharinen pforde hinab ritten sangen sie mit gellender stimme das hexenlied wo ist der bock das höllentier wo ist der bock und fehlt der bock so reiten wir so reiten wir so reiten wir auf dem stock dieser singsang den man noch in der ferne hören konnte verlor sich am ende in den kirchlich langgezogenen tönen einer herannahenden prozession das war ein trauriger zug von kahlköpfigen und barfüßigen münchen welche brennende wachslichter oder fahnen mit heiligen bildern oder auch große silberne kruzifixe trugen an ihrer spitze gingen rot und weiß geröckte knaben mit dampfenden weihrauchkesseln in der mitte des zuges und einem prächtigen baldachin sah man geistliche in weißen chorhemden von kostbaren spitzen oder in buntseidenen stohlen und einer derselben trug in der hand ein sonnartig goldenes gefäß dass er bei einer heiligen nische der marktecke anlangend hoch empor hob während er lateinische worte halb rief halb sang zugleich erklingelte ein kleines glöckchen und alles volk ringsum verstummte viel auf die knie und bekreuzte sich der rabbi aber sprach zu seinem weibe macht die augen zu schöne sara und hastig zog er sie von hinnen nach einem schmalen nebengässchen durch ein labyrinth von engen und krummen straßen und endlich über den unbewohnten wüstenplatz der das neue judenquartier von der übrigen stadt trennte vor jener zeit wohnten die juden zwischen dem dom und dem mainufer nämlich von der brücke bis zum lumpenbrunnen und von der mehlwaage bis zu sankt bartholomä aber die katholischen priester erlangten eine päpstliche bulle die den juden verwehrte in solcher nähe der hauptkirche zu wohnen und der magistrat gab ihnen einen platz auf dem wollgraben wo sie das heutige judenquartier erbauten dieses war mit starken mauern versehen auch mit eisernen ketten vor den toren um sie gegen pöbel andrang zu sperren denn hier lebten die juden ebenfalls in druck und angst und mehr als heutzutage in der erinnerung früherer nöten im jahr 1240 hatte das entzügelte volk ein großes blutbad unter ihnen angerichtet welches man die erste judenschlacht nannte und im jahr 1349 als die geißler bei ihrem durchzuge die stadt anzündeten und die juden des brandstiftens anklagten wurden diese von dem aufgereizten volke zum größten teil ermordet oder sie fanden den tod in den flammen ihre eigenen häuser welches man die zweite judenschlacht nannte später bedrohte man die juden noch oft mit der gleichen schlachten und bei inneren unruhen frankfurts besonders bei einem streite des rats mit den zünften stand der christenpöbel oft im begriff das judenquartier zu stürmen letzteres hatte zwei tore die an katholischen feiertagen von außen an jüdischen feiertagen von innen geschlossen wurden und vor jedem tor befand sich ein wachthaus mit stadtsoldaten als der rabbi mit seinem weibe an das tor des judenquartiers gelangte lagen die landsknechte wie man durch die offenen fenster sehen konnte auf der britsche ihrer wachtstube und draußen vor der türe im vollen sonnenschein saß der trommelschläger und fantasierte auf seiner großen trommel das war eine schwere dicke gestalt wams und hosen von feuergelbem tuch an armen und lenden weit ausgepufft und als wenn unzählige menschen zungen daraus hervorleckten von oben bis unten besät mit kleinen eingenähten roten wüstchen brust und rücken gepanzert mit schwarzen tuchpolstern woran die trommel hing auf dem kopfe eine platte runde schwarze kappe das gesicht ebenso platt und rund auch orangengelb und mit roten schwerchen gespickt und verzogen zu einem gähnenden lächeln so saß der kerl und trommelte die melodie des liedes das einst die geißler bei der judenschlacht gesungen und mit seinem rauen biertone gurgelte er die worte unsere liebe frau die ging im morgen taue kürie eleison hans das ist eine schlechte melodie rief eine stimme hinter dem verschlossenen tore des judenquartiers hans auch ein schlecht lied passt nicht für die trommel passt gar nicht und beileibe nicht in der messe und am ostermorgen schlecht lied gefährlich lied hans hänschen klein trommel hänschen ich bin ein einzelner mensch und wenn du mich lieb hast wenn du den stern lieb hast den langen stern den langen nasenstern so hör auf diese worte wurden von dem ungesehenen sprecher teils angstvoll hastig teils aufseufzend langsam hervorgestoßen in einem tone worin das ziehen weiche und das heise harte schroff abwechselte wie man ihn bei schwindsüchtigen findet der trommelschläger blieb unbewegt und in der vorigen melodie forttrommelnd sang er weiter da kam ein kleiner junge sein bart war ihm entsprungen halleluja hans rief wieder die stimme des oben erwähnten sprechers hans ich bin ein einzelner mensch und es ist ein gefährlich lied und ich höre es nicht gern und ich habe meine gründe und wenn du mich lieb hast singst du was anders und morgen trinken wir bei dem wort trinken hielt der hans inne mit seinem trommeln und singen und biedern tonis sprach er der teufel hole die juden aber du lieber nasenstern bist mein freund ich beschütze dich und wenn wir noch oft zusammen trinken werde ich dich auch bekehren ich will dein pate sein wenn du getauft wirst wirst du selig und wenn du genie hast und fleißig bei mir lernst kannst du sogar noch trommelschläger werden ja nasenstern du kannst es noch weit bringen ich will dir den ganzen katechismus vortrommeln wenn wir morgen zusammen trinken aber jetzt mach mal das tor auf da stehen zwei fremde und begehren einlass das tor auf schrie der nasenstern und die stimme versagte ihm fast das geht nicht so schnell lieber hans man kann nicht wissen man kann gar nicht wissen und ich bin ein einzelner mensch der feitel rindskopf hat den schlüssel und steht jetzt still in der ecke und brümmelt sein 18 gebet da darf man sich nicht unterbrechen lassen jäckel denner ist auch hier aber er schlägt jetzt sein wasser ab ich bin ein einzelner mensch der teufel hole die juden lief der trommelhans und über diesen eigenen witz laut lachend trollte er sich nach der wachtstube und legte sich ebenfalls auf die pritsche während nun der rabbi mit seinem weibe jetzt ganz allein vor dem großen verschlossenen tore stand erhob sich hinter demselben eine schnurrende näselnde etwas spöttisch gezogene stimme sternchen tröne nicht so lange nimm die schlüssel aus rindsköpfchen rocktasche oder nimm deine nase und schließe damit das tor auf die leute stehen schon lange und warten die leute schrie ängstlich die stimme des mannes den man den nasenstern nannte ich glaube es wäre nur einer und ich bitte dich nah lieber jäckel nah guck mal heraus wer da ist da öffnete sich im tore ein kleines wohl vergittertes fensterlein und zum vorschein kam eine gelbe zweihörnige mütze und darunter das drollig verschnürkelte lustig mache gesicht jäckels des narren in demselben augenblicke schloss sich wieder die fensterluke und ärgerlich schnarchte es mach auf mach auf draußen ist nur ein mann und ein weib ein mann und ein weib ächzte der nasenstern und wenn das tor aufgemacht wird wirft das weib den rock ab und es ist auch ein mann und es sind dann zwei männer und wir sind nur unserer drei sei kein hase erwiderte jäckel der nah und sei herzhaft und zeige courage courage rief der nasenstern und lachte mit verdrießlicher bitterkeit hase hase ist ein schlechter vergleich hase ist ein unreines tier courage man hat mich nicht der courage wegen hier hergestellt sondern der vorsicht halber wenn zu viele kommen soll ich schreien aber ich selbst kann sie nicht zurückhalten mein arm ist schwach ich trage eine fontanelle und ich bin ein einzelner mensch wenn man auf mich schießt bin ich tot dann sitzt der reiche mendel reis am sabbat bei tische und wischt sich vom maul die rosinen soße und streichelt sich den bauch und sagt vielleicht das lange nasensternchen war doch ein braves kerlchen wäre es nicht gewesen so hätten sie das tor gesprengt es hat sich doch für uns tot schießen lassen es war ein braves kerlchen schade dass es tot ist die stimme wurde hier allmählich weich und weinerlich aber plötzlich schlug sie über in einen hastigen fast erbitterten ton courage und damit der reiche mendel reis sich die rosinen soße vom maul abwischen und sich den bauch streicheln und mich braves kerlchen nennen möge soll ich mich tot schießen lassen courage herzhaft der kleine strauß war herzhaftig und hat gestern auf dem römer dem stechen zugesehen und hat geglaubt man kenne ihn nicht weil er einen violetten rock trug von samt drei gulden die elle mit fuchsschwänzchen ganz goldgestickt ganz prächtig und sie haben ihm den violetten rock so lange geklopft bis er abfärbte und auch sein rücken violett geworden ist und nicht mehr menschen ähnlich sieht courage der krumme leser war herzhaftig nannte unseren lumpigen schultheiß einen lump und sie haben ihn an den füßen aufgehängt zwischen zwei hunden und der trommelhans trommelte courage sei kein hase unter den vielen hunden ist der hase verloren ich bin ein einzelner mensch und ich habe wirklich furcht schwör mal rief wirkel der na ich habe wirklich furcht wiederholte seufzend der nasenstern ich weiß die furcht liegt im geblüht und ich habe es von meiner seligen mutter ja ja und da brach ihn jackel der na und deine mutter hat er es von ihrem vater und der hat es wieder von dem seinigen und so hatten es deine voreltern einer vom anderen bis auf deinen stammvater welcher unter könig saul gegen die philister zu felde zog und der erste war welcher reiß ausnahms aber sie mal rindsköpfchen ist gleich fertig er hat sich bereits zum vierten mal gebückt schon hüpft er wie ein floh bei dem dreimaligen worte heilig und jetzt greift er vorsichtig in die tasche in der tat die schlüssel rasselten knarrend öffnete sich ein flügel des tores und der rabbi und sein weib traten in die ganz menschenleere judengasse der aufschließer aber ein kleiner mann mit gutmütig sauer im gesicht nickte träumerisch wie einer der in seinem gedanken nicht gern gestört sein möchte und nachdem er das tor wieder sorgsam verschlossen schlappte er ohne ein wort zu reden nach einem winkel hinter dem tore beständig gebete vor sich in moment minder schweigsam war jackel der na ein untersetzter etwas krummbeinigter gesell mit einem lachend vollroten antlitz und einer unmenschlich großen fleischhand die er aus den weiten ärmel seiner buntschäckigen jacke zum willkommen hervorstreckte hinter ihm zeigte oder vielmehr bag sich eine lange magere gestalt der schmale hals weiß befiedert von einer feinen baptistenen grause und das dünne blasse gesicht gab wundersam geziert mit einer fast unglaublich langen nase die sich neugierig angstvoll hin und her bewegte gott will kommen zum guten festtag rief jackel der na wundert euch nicht dass jetzt die gasse so leer und still ist alle unsere leute sind jetzt in der synagoge und ihr kommt eben zur rechten zeit um dort die geschichte von der opferung isaacs vorlesen zu hören ich kenne sie es ist eine interessante geschichte und wenn ich sie nicht schon dreiunddreißig mal angehört hätte so würde ich sie gern dieses jahr noch einmal hören und es ist eine wichtige geschichte denn wenn abraham den isaac wirklich geschlachtet hätte und nicht den ziegenbock so wären jetzt mehr ziegenböcke und weniger juden auf der welt und mit wahnsinnig lustiger krimasse fing der jackel an folgendes lied aus der agade zu singen ein böcklein ein böcklein das gekauft väterlein ergab dafür zwei suslein ein böcklein ein böcklein es kam ein hündlein und bis das kätzlein das gefressen das böcklein das gekauft väterlein ergab dafür zwei suslein ein böcklein ein böcklein es kam ein stöcklein und schlug das hündlein das gebissen das kätzlein das gefressen das böcklein das gekauft väterlein ergab dafür zwei suslein ein böcklein ein böcklein es kam ein feuerlein und verbrannte das stöcklein das geschlagen das hündlein das gebissen das kätzlein das gefressen das böcklein das gekauft väterlein ergab dafür zwei suslein ein böcklein ein Böcklein. Es kam ein Wässerlein und löschte das Feuerlein, das verbrannt das Stöckelein, das geschlagen das Hündlein, das gebissen das Kätzlein, das gefressen das Böcklein, das gekauft Väterlein. Er gab dafür zwei Sußlein, ein Böcklein, ein Böcklein. Es kam ein Öchslein und soft das Wässerlein, das gelöscht das Feuerlein, das verbrannt das Stöckelein, das geschlagen das Hündlein, das gebissen das Kätzlein, das gefressen das Böcklein, das gekauft Väterlein. Er gab dafür zwei Sußlein, ein Böcklein, ein Böcklein. Es kam ein Schlechterlein und schlachtete das Öchslein, das gesoffen das Wässerlein, das gelöscht das Feuerlein, das verbrannt das Stöckelein, das geschlagen das Hündlein, das gebissen das Kätzlein, das gefressen das Böcklein, das gekauft Väterlein. Er gab dafür zwei Sußlein, ein Böcklein, ein Böcklein. Es kam ein Todesenglein und schlachtete das Schlechterlein, das geschlachte das Öchslein, das gesoffen das Wasserlein, das gelöscht das Feuerlein, das verbrannt das Stöckelein, das geschlagen das Hündlein, das gebissen das Kätzlein, das gefressen das Böcklein, das gekauft Väterlein. Er gab dafür zwei Sußlein, ein Böcklein, ein Böcklein. Ja, schöne Frau, fügte der Sänger hinzu, einst kommt der Tag, wo der Engel des Todes den Schlechter schlachten wird. Und all unser Blut kommt über Edom, denn Gott ist ein rächender Gott. Aber plötzlich, den Ernst, der ihm unwillkürlich beschlichen, gewaltsam abstreifend, stürzte sich Jäckel der Narr wieder in seinen Possenreißereien und fuhr fort mit schnarrendem Lustigmachertone. Fürchtet euch nicht, schöne Frau, der Nasenstern tut euch nichts zu leid. Nur für die alte Schnapperelle ist er gefährlich. Sie hat sich in seine Nase verliebt, aber die verdient es auch. Sie ist schön, wie der Turm der Gendamaskus schaut, und erhaben wie die Zeder des Libanons. Auswendig glänzt sie wie Glimmgold und Sirup, und inwendig ist lauter Musik und Lieblichkeit. Im Sommer blüht sie, im Winter ist sie zugefroren, und Sommer und Winter wird sie gehätschelt von Schnapperelles weißen Händen. Ja, die Schnapperelle ist verliebt in ihn, ganz vernarrt. Sie pflegt ihn, sie füttert ihn, und sobald er fett genug ist, wird sie ihn heiraten, und für ihr Alter ist sie noch jung genug. Und wer mal nach dreihundert Jahren hierher nach Frankfurt kommt, wird den Himmel nicht sehen können vor lauter Nasensternen. Ihr seid Jäckel der Narr, rief lachend der Rabbi. Ich merke es an euren Worten. Ich habe oft von euch sprechen gehört. Ja, ja, erwiderte jener mit drolliger Bescheidenheit. Ja, ja, das macht der Ruhm. Man ist oft weit und breit für einen größeren Narren bekannt, als man selber weiß. Doch ich gebe mir viele Mühe, ein Narr zu sein, und springe und schüttle mich, damit die Schellen klingeln. Andere haben es leichter. Aber sagt mir, Rabbi, warum reiset ihr am Feiertage? Meine Rechtfertigung, versetzte der Befragte, steht im Talmud. Und es heißt, Gefahr vertreibt den Sabbat. Gefahr, schrieb plötzlich der lange Nasenstern und gebärdete sich wie in Todesangst. Gefahr, Gefahr, Trommelhans, Trommel, Trommle, Gefahr, Gefahr, Trommelhans. Draußen aber rief der Trommelhans mit seiner dicken Bierstimme. Tausend Donner Sakrament. Der Teufel hole die Juden. Es ist schon das dritte Mal, dass du mich heute aus dem Schlafe wächst, Nasenstern. Mach mich nicht rasend. Wenn ich rase, werde ich wie der leibhaftige Satanas. Und dann, so wahr ich ein Christ bin, dann schieße ich mit der Büchse durch die Gitterluke des Tores. Und dann hüte jeder seine Nase. Schieß nicht. Schieß nicht. Ich bin ein einzelner Mensch, wimmerte angstvoll der Nasenstern und drückte sein Gesicht fest an die nächste Mauer. Und in dieser Stellung verharrte er zitternd und leise betend. Sagt, sagt, was ist passiert, rief jetzt auch Jäckel der Narr mit all jener hastigen Neugier, die schon damals den Frankfurter Juden eigentümlich war. Der Rabbi aber riss sich von ihm los und ging mit seinem Weibe weiter die Judengasse hinauf. Sie, schöne Sarah, sprach er seufzend, wie schlecht geschützt ist Israel. Falsche Freunde hüten seine Tore von außen und drinnen sind seine Hüter Narrheit und Furcht. Langsam wanderten die beiden durch die lange, leere Straße, wo er hier und da ein blühender Mädchenkopf zum Fenster hinausguckte, während sich die Sonne in den blanken Scheiben festlich heiter bespiegelte. Damals nämlich waren die Häuser des Judenviertels noch neu und nett, auch niedriger wie jetzt, indem erst späterhin die Juden, als sie in Frankfurt sich sehr vermehrten und doch ihr Quartier nicht erweitern durften, dort immer ein Stockwerk über das andere bauten, sardellenartig zusammenrückten und dadurch an Leib und Seele verkrüppelten. Der Teil des Judenquartiers, der nach dem großen Brande stehen geblieben und dem man die alte Gasse nennt, jene hohen schwarzen Häuser, wo ein grinsendes, feuchtes Volk umherschachert, ist ein schauderhaftes Denkmal des Mittelalters. Die ältere Synagoge existiert nicht mehr. Sie war minder geräumig als die jetzige, die später erbaut wurde, nachdem die Nürnberger Vertriebenen in die Gemeinde aufgenommen worden. Sie lag nördlicher. Der Rabbi brauchte ihre Lage nicht erst zu erfragen. Schon aus der Ferne vernahm er die vielen verworrenen und überaus lauten Stimmen. Im Hofe des Gotteshauses trennte er sich von seinem Weibe. Nachdem er an dem Brunnen, der dort steht, seine Hände gewaschen, trat er in jenen unteren Teil der Synagoge, wo die Männer beten. Die schöne Sarah hingegen erstieg eine Treppe und gelangte oben nach der Abteilung der Weiber. Diese obere Abteilung war eine Art Galerie mit drei Reihen hölzerner, braunrot angestrichener Sitze, deren Lehne oben mit einem hängenden Bretter versehen war, das, um das Gebetbuch darauf zu legen, sehr bequem aufgeklappt werden konnte. Die Frauen saßen hier schwatzend nebeneinander oder standen aufrecht inbrünstig betend. Manchmal auch traten sie neugierig an das große Gitter, das sich längst der Morgenseite hinzog und durch dessen dünne grüne Latten man hinabschauen konnte in die untere Abteilung der Synagoge. Dort, hinter hohen Beetpulten, standen die Männer in ihren schwarzen Mänteln, die spitzen Bärte herabschießend über die weißen Halskrausen und die blattbedeckten Köpfe mehr oder minder verhüllt von einem viereckigen, mit den gesetzlichen Schaufäden versehenen Tuche, das aus weißer Wolle oder Seidebestand, mitunter auch mit goldenen Tressen geschmückt war. Die Wände der Synagoge waren ganz einförmig geweist. Man sah dort keine andere Zierrad als etwa das vergoldete Eisengitter um die viereckige Bühne, wo die Gesetzabschnitte verlesen werden, und die heilige Lade, ein kostbar gearbeiteter Kasten, scheinbar getragen von marmornen Säulen mit üppigen Kapitelern, deren Blumen und Laubwerk galiblich emporrangte, und bedeckt mit einem Vorhang von kornblauem Samet, worauf mit Goldflittern, Perlen und bunten Steinen eine fromme Innschrift gestickt war. Hier hing die silberne Gedächtnisampel und erhob sich ebenfalls eine vergitterte Bühne, auf deren Geländer sich allerlei heilige Geräte befanden, unter anderem der siebenarmige Tempelleuchter und vor demselben das Antlitz gegen die Lade stand der Vorsänger, dessen Gesang instrumentenartig begleitet wurde, von den Stimmen seiner beiden Gehilfen, des Bassisten und des Diskanzsingers. Die Juden haben nämlich alle wirkliche Instrumentalmusik aus ihrer Kirche verbannt, wähnend, dass der Lobgesang Gottes erbaulicher aufsteige aus der warmen Menschenbrust als aus kalten Orgelpfeifen. Recht kindlich freute sich die schöne Sarah, als jetzt der Vorsänger, ein trefflicher Tenor, seine Stimme erhob und die uralten, ernsten Melodien, die sie so gut kannte, in noch nie geahnter junger Lieblichkeit aufblühten, während der Bassist zum Gegensatze die tiefen, dunklen Töne hineinbrummte und in den Zwischenpausen der Diskanzsänger fein und süß trillerte. Solchen Gesang hatte die schöne Sarah in der Synagoge von Bacharach niemals gehört, denn der Gemeindevorsteher, David Levi, machte dort den Vorsänger und wenn dieser schon bejahte, zitternde Mann mit seiner zerbröckelten, meckernden Stimme wie ein junges Mädchen trillern wollte und in solch gewaltsamer Anstrengung seinen schlaff herabhängenden Arm fieberhaft schüttelte, so reizte dergleichen wohl mehr zum Lachen als zur Andacht. Ein frommes Behagen, gemischt mit weiblicher Neugier, zog die schöne Sarah ans Gitter, wo sie hinabschauen konnte in die untere Abteilung, die sogenannte Männerschule. Sie hatte noch nie eine so große Anzahl Glaubensgenossen gesehen, wie sie da unten erblickte, und es ward ihr noch heimlich wohler ums Herz in der Mitte so vieler Menschen, die ihr so nahe verwandt, durch gemeinschaftliche Abstammung, Denkweise und Leiden. Aber noch viel bewegter wurde die Seele des Weibes, als drei alte Männer ehrfurchtsvoll vor die heilige Lade traten, den glänzenden Vorhang an die Seite schoben, den Kasten aufschlossen und sorgsam jenes Buch herausnahmen, das Gott mit heilig eigener Hand geschrieben und für dessen Erhaltung die Juden so viel erduldet, so viel Elend und Hass, Schmach und Tod, ein tausendjähriges Martyrium. Dieses Buch, eine große Pergamentrolle, war wie ein fürstliches Kind in einem bunt gestickten Mäntelchen von rotem Sammet gehüllt. Oben auf den beiden Rollhölzern steckten zwei silberne Gehäuschen, worin allerlei Granaten und Glöckchen sich zierlich bewegten und klingelten, und vorn an silbernen Kettchen hingen goldene Schilde mit bunten Edelsteinen. Der Vorsänger nahm das Buch, und als sei es ein wirkliches Kind, ein Kind, um dessen Willen man große Schmerzen erlitten, und dass man nur desto mehr liebt, wiegte er es in seinen Armen, tänzelte damit hin und her, drückte es an seine Brust und durchschauert von solcher Berührung erhub er seine Stimme zu einem so jauchzend frommen Dankliede, dass es der schönen Sarah bedünkte, als ob die Säulen der heiligen Lade zu blühen begonnen und die wunderbaren Blumen und Blätter der Kapitäler immer höher hinaufwüchsen und die Töne des Diskanten sich in lauter Nachtigallen verwandelten und die Wölbung der Synagoge gesprengt würde von den gewaltigen Tönen des Bassisten und die Leidigkeit Gottes herabströmte aus dem blauen Himmel. Das war ein schöner Psalm. Die Gemeinde wiederholte chorartig die Schlussverse, und nach der erhöhten Bühne in der Mitte der Synagoge schritt langsam der Vorsänger mit dem heiligen Buche, während Männer und Knaben sich hastig hinzudrängten, um die Sammethülle desselben zu küssen oder auch nur zu berühren. Auf der erwähnten Bühne zog man von dem heiligen Buche das samtende Mäntelchen, so wie auch die mit bunten Buchstaben beschriebenen Windeln, womit es umwickelt war. Und aus der geöffneten Pergamentrolle, in jenem singenden Tone, der am Pascha-Feste noch gar besonders moduliert wird, las der Vorsänger die erbauliche Geschichte von der Versuchung Abrahams. Die schöne Sarah war bescheiden vom Gitter zurückgewichen, und eine breite, putzbeladene Frau von mittlerem Alter und gar gespreizt wohlwollendem Wesen hatte ihr mit stummen Nicken die Miteinsicht in ihrem Gebetbuche vergönnt. Die Frau mochte wohl keine große Schriftgelehrtin sein, denn als sie die Gebete murmelnd vor sich hinlas, wie die Weiber, dass sie nicht laut mitsingen dürfen, zu tun pflegen, so bemerkte die schöne Sarah, dass sie viele Worte allzu sehr nach Gutdünken aussprach und manche gute Zeile ganz überschlupperte. Nach einer Weile aber hoben sich schmachtend langsam die wasserklaren Augen der guten Frau, ein flaches Lächeln klitt über das porzellanhaft rot- und weiße Gesicht, und mit einem Tone, der so vornehm als möglich hinschmelzen wollte, sprach sie zur schönen Sarah. Er singt sehr gut, aber ich habe doch in Holland noch viel besser singen hören. Sie sind fremd und wissen vielleicht nicht, dass es der Vorsänger aus Worms ist und dass man ihn hier behalten will, wenn er mit jährlichen 400 Gulden zufrieden. Es ist ein lieber Mann und seine Hände sind wie Alabaster. Ich halte viel von einer schönen Hand. Eine schöne Hand ziert den ganzen Menschen. Dabei legte die gute Frau selbstgefällig ihre Hand, die wirklich noch schön war, auf die Lehne des Beetpultes. Und mit einer graziösen Beugung des Hauptes andeutend, dass sie sich im Sprechen nicht gern unterbrechen lasse, setzte sie hinzu, das Singerchen ist noch ein Kind und sieht sehr abgezehrt aus. Der Bass ist gar zu hässlich und unser Stern hat mal sehr witzig gesagt, der Bass ist ein größerer Narr, als man von einem Bass zu verlangen braucht. Alle drei speisen in meiner Garküche und sie wissen vielleicht nicht, dass ich Elle Schnapper bin. Die schöne Sarah dankte für diese Mitteilung, wogegen wieder die Schnapper Elle ihr ausführlich erzählte, wie sie einst in Amsterdam gewesen, dort wegen ihrer Schönheit gar vielen Nachstellungen unterworfen war und wie sie drei Tage vor Pfingsten nach Frankfurt gekommen und den Schnapper geheiratet, wie dieser am Ende gestorben, wie auf dem Todbette die rührendsten Dinge gesprochen und wie es schwer sei, als Vorsteherin einer Garküche die Hände zu konservieren. Manchmal sah sie nach der Seite mit wegwerfenden Blicke, der wahrscheinlich einigen spöttischen jungen Weibern galt, die ihren Anzug musterten. Merkwürdig genug war diese Kleidung, ein weit ausgebauschter Rock von weißem Atlas, worin alle Tierarten der Arche Noe grellartig gestickt, ein Wams von Goldstoff wie ein Kyras, die Ärmel von rotem Samt, gelb geschlitzt, auf dem Haupte eine unmenschlich hohe Mütze, um den Hals eine allmächtige Krause von weißem Steiflinnen, so wie auch eine silberne Kette, worin allerlei Schaubfennige, Kameen und Raritäten, unter anderem ein großes Bild der Stadt Amsterdam bis über den Busen herabhing. Aber die Kleidung der übrigen Frauen war nicht minder merkwürdig und bestand wohl aus einem Gemische von Moden verschiedener Zeiten. Und manches Weiblein, bedeckt mit Gold und Diamanten, glich einem wandelnden Juwelierladen. Es war freilich den Frankfurter Juden damals eine bestimmte Kleidung gesetzlich vorgeschrieben. Und zur Unterscheidung von den Christen sollten die Männer an ihren Mänteln gelbe Ringe und die Weiber an ihren Mützen hoch aufstehende, blau gestreifte Schleier tragen. Jedoch im Judenquartier wurde diese obrigkeitliche Verordnung wenig beachtet. Und dort, besonders an Festtagen und zumal in der Synagoge, suchten die Weiber so viel Kleiderpracht als möglich gegeneinander auszugraben. Teils um sich beneiden zu lassen, teils um den Wohlstand und die Kreditfähigkeit ihrer Eheherren darzutun. Während nun unten in der Synagoge die Gesetzesabschnitte aus den Büchern Moses vorgelesen werden, pflegt dort die Andacht, etwas nachzulassen. Mancher macht es sich bequem und setzt sich nieder, flüstert auch wohl mit einem Nachbar über weltliche Angelegenheiten oder geht hinaus auf den Hof, um frische Luft zu schöpfen. Kleine Knaben nehmen sich unterdessen die Freiheit, ihre Mütter in der Schleiberabteilung zu besuchen und ja, hat als dann die Andacht wohl noch größere Rückschritte gemacht. Hier wird geplaudert, gerudelt, gelacht und wie es überall geschieht, die jüngeren Frauen scherzen über die Alten und diese klagen wieder über Leichtfertigkeit der Jugend und Verschlechterung der Zeiten. Gleich wie es aber unten in der Synagoge zu Frankfurt einen Vorsänger gab, so gab es in der Obernabteilung eine Vorklatscherin. Das war Hündchen Reis, eine platte, grünliche Frau, die jedes Unglück witterte und immer eine skandalöse Geschichte auf der Zunge trug. Die gewöhnliche Zielscheibe ihrer Spitzreden war die arme Schnapperelle. Sie wusste gar drollig, die erzwungen vornehmen Gebärden derselben nachzuäffen, so wie auch den Schmachten anstand, womit sie die schalkhaften Huldigungen der Jugend entgegennimmt. Wisst ihr wohl, rief jetzt Hündchen Reis, die Schnapperelle hat gestern gesagt, wenn ich nicht schön und klug und geliebt wäre, so möchte ich nicht auf der Welt sein. Da wurde etwas laut gekichert und die nahestehende Schnapperelle, merkend, dass es auf ihre Kosten geschah, hob verachtungsvoll ihr Auge empor und wie ein stolzes Prachtschiff segelte sie nach einem entfernteren Platze. Die Vögele Ochs, eine runde, etwas täppische Frau, bemerkte mitleidig, die Schnapperelle sei zwar eitel und beschränkt, aber sehr bravmütig und sie tue sehr viel Gutes an Leute, die es nötig hätten. Besonders an den Nasenstern zischte Hündchen Reis und alle, die das zarte Verhältnis kannten, lachten umso lauter. Wisst ihr wohl, setzte Hündchen hämisch hinzu, der Nasenstern schläft jetzt auch im Hause der Schnapperelle. Aber seht mal dort unten die süßchen Flörsheim, trägt die Halskette, die Daniel Flash bei ihrem Manne versetzt hat. Die Flash ärgert sich, jetzt spricht sie mit der Flörsheim. Wie sie sich so freundlich die Hand drücken und hassen sich doch wie Midian und Moab. Wie sie sich so liebevoll anlächeln. Fresst euch nur nicht vor lauter Zärtlichkeit. Ich will mir das Gespräch anhören. Und nun, gleich einem launenden Tiere, schlich Hündchen Reis hinzu und hörte, dass die beiden Frauen teilnehmend einander klagten, wie sehr sie sich verflossene Woche abgearbeitet, um in ihren Häusern aufzuräumen und das Küchengeschirr zu scheuern, was vor dem Pascha-Feste geschehen muss, damit kein einziges Bröselmchen der gesäuerten Bröte daran kleben bleibe. Auch von der Mühseligkeit beim Backen der ungesäuerten Bröte sprachen die beiden Frauen. Die Flash hatte noch besondere Beklagnisse. Im Backhause der Gemeinde musste sie viel Ärger erleiden. Nach der Entscheidung des Loses konnte sie dort erst in den letzten Tagen, am Vorabend des Festes und das späten Nachmittags zum Backen gelangen. Die alte Hanne hatte den Teig schlecht geknetet, die Mägde rollten mit ihren Wergelhölzern den Teig viel zu dünn, die Hälfte der Bröte verbrannte im Ofen und außerdem regnete es so stark, dass es durch das bretterne Dach des Backhauses beständig tröpfelte und sie musste sich dort nass und müde bis tief in die Nacht abarbeiten. Und daran, liebe Flörsheim, setzte die Flash hinzu mit einer schonenden Freundlichkeit, die keineswegs echt war, daran waren sie auch ein bisschen schuld, weil sie mir nicht ihre Leute zur Hilfeleistung beim Backen geschickt haben. Ach, Verzeihung, erwiderte die andere. Meine Leute waren zu sehr beschäftigt. Die Messwaren müssen verpackt werden. Wir haben jetzt so viel zu tun, mein Mann. Ich weiß, fiel ihr die Flash mit schneidend hastigen Tone in die Rede. Ich weiß, ihr habt viel zu tun. Viel Pfänder und gute Geschäfte und Halsketten. Eben wollte ein giftiges Wort den Lippen der Sprecherin entgleiten und die Flörsheim ward schon rot wie ein Krebs, als plötzlich Hündchenreis laut aufkreischte. Um Gottes Willen, die fremde Frau liegt und stirbt. Wasser, Wasser. Die schöne Sarah lag in Ohnmacht, blass wie der Tod. Und um sie herum drängte sich ein Schwarm von Weibern, geschäftig und jammernd. Die eine hielt ihr den Kopf, eine zweite hielt ihr den Arm. Einige alte Frauen bespritzten sie mit den Wassergläschen, die hinter ihren Beetpulten hängen, zum Behufe des Händewaschens. Im Fall, sie zufällig ihren eigenen Leib berührten, andere hielten unter die Nase der Ohnmächtigen eine alte Zitrone, die mit Gewürznägelchen durchstochen noch vom letzten Festtage herrührte, wo sie zum nervenstärkenden Anriechen diente. Ermattet und tief seufzend schlug endlich die schöne Sarah die Augen auf. Und mit stummen Blicken dankte sie für die gütige Sorgfalt. Doch jetzt ward unten das 18-Gebet, welches niemand versäumen darf, feierlich angestimmt. Und die geschäftigen Weiber eilten zurück nach ihren Plätzen und verrichteten jenes Gebet, wie es geschehen muss, stehend und das Gesicht gewendet gen Morgen, welches die Himmelsgegend, wo Jerusalem liegt. Vögele Ochs, Schnapperelle und Hündchen Reis verweilten am längsten bei der schönen Sarah. Die beiden ersteren, indem sie ihr eifrigst ihre Dienste anboten, die letztere, nachdem sie sich nochmals bei ihr erkundigte, weshalb sie so plötzlich ohnmächtig geworden. Die Ohrenmacht der schönen Sarah hatte aber eine ganz besondere Ursache. Es ist nämlich Gebrauch in der Synagoge, dass jemand, welcher einer großen Gefahr entronnen, nach der Verlesung der Gesetzesabschnitte öffentlich hervortritt und der göttlichen Vorsicht für seine Rettung dankt. Als nun Rabbi Abraham zu solcher Danksagung unten in der Synagoge sich erhob und die schöne Sarah die Stimme ihres Mannes erkannte, merkte sie, wie der Ton derselben allmählich in das trübe, gemurmeltes Totengebetes überging. Sie hörte die Namen ihrer Lieben und Verwandten, und zwar begleitet von jenem segnenden Beiwort, das man den Verstorbenen erteilt. Und die letzte Hoffnung schwand aus ihrer Seele, der schönen Sarah, und ihre Seele war zerrissen von der Gewissheit, dass ihre Lieben und Verwandten wirklich ermordet wurden. Dass ihre kleine Nichte tot sei, dass auch ihr Bässchen, Blümchen und Vögelchen tot seien. Auch der kleine Gottschalk tot sei, alle ermordet und tot. Von dem Schmerze dieses Bewusstseins wäre sie schier selber gestorben, hätte sich nicht eine wohltätige Unmacht über ihre Sinne ergossen. Drittes Kapitel Als die schöne Sarah nach beendigten Gottesdienste in den Hof der Synagoge hinabstieg, stand dort der Rabbi, haarend seines Weibes. Er nickte ihr mit heiterem Antlitz und geleitete sie hinaus auf die Straße, wo die frühere Stille ganz verschwunden und ein lärmiges Menschengewimmel zu schauen war. Bärtige Schwarzröcke wie Ameisenhaufen, Weiber glanzreich hinflatternd wie Goldkäfer, neu gekleidete Knaben, die den Alten die Gebetbücher nachtrugen, junge Mädchen, die, weil sie nicht in die Synagoge gehen dürfen, jetzt aus den Häusern ihren Eltern entgegenhüpfen, vor ihnen die Lockenköpfchen beugen, um den Segen zu empfangen. Alle heiter und freudig und die Gasse auf und abspazierend im seligen Vorgefühl eines guten Mittagsmahls. Dessen lieblicher Duft schon mundwässernd hervorstieg aus den schwarzen, mit Kreide bezeichneten Töpfen, die eben von den lachenden Mägden aus dem großen Gemeindeofen geholt wurden. In diesem Gewirre war besonders bemerkbar die Gestalt eines spanischen Ritters, auf dessen jugendlichen Gesichtszügen jener reizende Blässe lag, welche die Frauen gewöhnlich einer unglücklichen Liebe, die Männer hingegen einer glücklichen zuschreiben. Sein Gang, ob schon gleichgültig hinschlendernd, hatte dennoch eine etwas gesuchte Zierlichkeit. Die Federn seines Barrettes bewegten sich mehr durch das vornehme Wiegen des Hauptes als durch das Wehen des Windes. Mehr als eben notwendig, klirrten seine goldenen Sporen und das Wehrgehänge seines Schwertes, welches er im Arme zu tragen schien, und dessen Griff kostbar hervorblitzte aus dem weißen Reutermantel, der seine schlanken Glieder scheinbar nachlässig umhüllte, und dennoch den sorgfältigsten Faltenwurf verriet. Hin und wieder, teils mit Neugier, teils mit Kennermine, nahte er sich den vorüberwanderten Frauenzimmern, sah ihnen mit Seelen ruhig fest ins Antlitz, verweilte bei solchem Anschauen, wenn die Gesichter der Mühe lohnten, sagte auch manchem liebenswürdigen Kinde einige rasche Schmeichelworte und schritt sorglos weiter, ohne die Wirkung zu erwarten. Die schöne Sarah hatte er schon mehrmals umkreist, jedes Mal wieder zurückgescheucht von dem gebietenden Blick derselben oder auch von der rätselhaft lächelnden Miene ihres Mannes. Aber endlich, in stolzem Abstreifen aller scheuen Befangenheit, trat er beiden keck in den Weg, und mit stutzerhafter Sicherheit und süßlich galantem Tone hielt er folgende Anrede. Senora, ich schwöre, hört Senora, ich schwöre, bei den Rosen beider Kastilien, bei den aragonesischen Pyazinten und den andalusischen Granatblüten, bei der Sonne, die ganz Spanien mit allen seinen Blumen, Zwiebeln, Erbsensuppen, Wäldern, Bergen, Mauleseln, Ziegenböcken und Altchristen beleuchtet, bei der Himmelsdecke, woran diese Sonne nur ein goldener Quast ist, und bei dem Gott, der auf der Himmelsdecke sitzt und Tag und Nacht über neue Bildungen holzseliger Frauengestalten nachsinnt. Ich schwöre, Senora, ihr seid das schönste Weib, das ich in deutschen Landen gesehen habe, und so ihr gewillet seid, meine Dienste anzunehmen, so bitte ich euch um die Gunst, Huld und Erlaubnis, mich euren Ritter nennen zu dürfen und in Schimpf und Ernst eure Farben zu tragen. Ein errötender Schmerz glitt über das Antlitz der schönen Sarah, und mit einem Blicke, der umso schneidender wirkt, je sanfter die Augen sind, die ihn versenden, und mit einem Tone, der umso vernichtender, je bebend weicher die Stimme, antwortete die tiefgekränkte Frau. Edler Herr, wenn ihr mein Ritter sein wollt, so müsst ihr gegen ganze Völker kämpfen, und in diesem Kampfe gibt es wenig Dank und noch weniger Ehre zu gewinnen. Und wenn ihr gar meine Farben tragen wollt, so müsst ihr gelbe Ringe auf euren Mantel nähen oder eine blau gestreifte Scherpe umbinden, denn diese sind meine Farben, die Farben meines Hauses, des Hauses, welches Israel heißt und sehr elend ist, und auf den Gassen verspottet wird von den Söhnen des Glücks. Plötzliche Purpurröte bedeckte die Wangen des Spaniers, eine unendliche Verlegenheit arbeitete in allen seinen Zügen, und fast stotternd sprach er, Signora, ihr habt mich missverstanden, unschuldiger Scherz, aber, bei Gott, kein Spott, kein Spott über Israel. Ich stamme selber aus dem Hose Israel. Mein Großvater war ein Jude, vielleicht sogar mein Vater. Und ganz sicher, Senior, ist euer Ohrheim ein Jude, fiel ihm der Rabbi, der dieser Szene ruhig zugesehen, plötzlich in die Rede. Und mit einem fröhlichen, neckenden Blick gesetzte er hinzu, und ich will mich selbst dafür verbürgen, dass Don Isaak, aber Baniel, Neffe des großen Rabbi, dem besten Blute Israels entsprossen ist, wo nicht gar dem königlichen Geschlechte Davids. Da klirrte das Schwertgehänge unter dem Mantel des Spaniers, seine Wangen erblichen wieder bis zur fahlsten Blässe, auf seiner Oberlippe zuckte es wie Hohn, der mit dem Schmerz ringt. Aus seinen Augen grinste der zornigste Tod und einem ganz verwandelten, eiskalten, scharfen aufgehackten Tone sprach er. Senior Rabbi, ihr kennt mich, nun wohl an, so wisst ihr auch, wer ich bin. Und weiß der Fuchs, dass ich der Brut des Löwen angehöre, so wird er sich hüten und seinen Fuchsbart nicht in Lebensgefahr bringen und meinen Zorn nicht reizen. Wie will der Fuchs den Löwen richten? Nur, wer wie der Löwe fühlt, kann seine Schwächen begreifen. Oh, ich begreife es wohl, antwortete der Rabbi. Und wehmütiger Ernst zog über seine Stirn. Ich begreife es wohl, wie der stolze Loy aus Stolz seinen fürstlichen Pelz abwirft und sich in den bunten Schuppenpanzer des Krokodils verkappt, weil es Mode ist, ein greinendes, schlaues, gefräßiges Krokodil zu sein. Was sollen erst die geringeren Tiere beginnen, wenn sich der Löwe verleugnet? Aber hüte dich, Don Isaac, du bist nicht geschaffen für das Element des Krokodils. Das Wasser, du weißt wohl, wovon ich rede, ist ein Unglück und du wirst untergehen. Nicht im Wasser ist dein Reich, die schwächste Forelle kann besser darin gedeihen als der König des Waldes. Weißt du noch, wie dich die Strudel des Targo verschlingen wollten? In ein lautes Gelächter ausbrechend, fiel Don Isaac plötzlich dem Rabbi um den Hals. Verschloss seinen Mund mit Küssen, sprang sporenklirrend vor Freude in die Höhe, dass die vorbeigehenden Juden zurückschraken. Und in seinem natürlich herzlichen, heiteren Tone rief er, »Wahrhaftig, du bist es, Abraham von Bacharach. Und es war ein guter Witz und obendrein ein Freundschaftsstück, als du zu Toledo von der Alcantara-Brücke ins Wasser sprangst und deinen Freund, der besser trinken als schwimmen konnte, beim Schopf fastest und aufs Trockene zogest. Ich war nahe dran, recht gründliche Untersuchungen anzustellen, ob auf dem Grunde des Targo wirklich Goldkörner zu finden und ob ihn mit Recht die Römer den goldenen Fluss genannt haben. Ich sage dir, ich erkälte mich noch heute durch die bloße Erinnerung an jene Wasserpartie.« Bei diesen Worten gebärdete sich der Spanier, als wollte er anhängende Wassertropfen von sich abschütteln. Das Antlitz des Rabbi aber war gänzlich aufgeheitert. Er drückte seinem Freunde wiederholendlich die Hand und jedes Mal sagte er, »Ich freue mich.« »Und ich freue mich ebenfalls«, sprach der andere. »Wir haben uns seit sieben Jahren nicht gesehen. Bei unserem Abschied war ich noch ein ganz junger Gelbschnabel. Und du? Du warst schon so gesetzt und ernsthaft. Was ward aber aus der schönen Donner, die dir damals so viele Seufzer kostete, wohlgereimte Seufzer, die du mit lauten Klang begleitet hast?« »Still, still, die Donner hört uns. Sie ist mein Weib, und du selbst hast dir heute eine Probe deines Geschmackes und Dichtertalentes nagebracht.« »Nicht ohne Nachwirkung der früheren Verlegenheit begrüßte der Spanier die schöne Frau, welche mit anmütiger Güte jetzt bedauerte, dass sie durch Äußerungen des Unmuts einen Freund ihres Mannes betrübt habe.« »Ach, Senora«, antwortete Don Isaak, »wer mit teppischer Hand nach einer Rose griff, darf sich nicht beklagen, dass ihn die Dornen verletzen. Wenn der Abendstern sich im blauen Strome goldfunkelnd abspiegelt...« »Ich bitte dich um Gottes Willen«, unterbrach ihn der Rabbi, »hör auf! Wenn wir so lange warten sollen, bis der Abendstern sich im blauen Strome goldfunkelt, abspiegelt, so verhungert meine Frau. Sie hat seit gestern nichts gegessen und seitdem viel Ungemach und Mühsal erlitten.« »Nun, so will ich euch nach der besten Garküche Israels führen«, rief Don Isaak, »nach dem Hause meiner Freundin Schnapperelle, das hier in der Nähe. Schon rieche ich ihren holden Duft, nämlich der Garküche. O, wüsstest du, Abraham, wie dieser Duft mich anspricht! Er ist es, der mich, seit ich in dieser Stadt verweile, so oft hinlockt nach den Zelten Jakobs. Der Verkehr mit dem Volke Gottes ist sonst nicht meine Liebhaberei, und wahrlich nicht, um hier zu beten, sondern um zu essen, besuche ich die Judengasse.« »Du hast uns nie geliebt, Don Isaak.« »Ja«, fuhr der Spanier fort, »ich liebe eure Küche weit mehr als euren Glauben. Es fehlt ihm die rechte Soße. Euch selber habe ich nie ordentlich verdauen können. Selbst in euren besten Zeiten, selbst unter der Regierung meines Ahnherrn Davids, welcher König war über Judah und Israel, hätte ich es nicht unter euch aushalten können. Und ich wäre gewiss eines frühen Morgens aus der Burg Sion entsprungen und nach Phönizien emigriert. Oder nach Babylon, wo die Lebenslust schäumte im Tempel der Götter. »Du lästerst, Isaak, den einzigen Gott«, murmelte finster der Rabbi, »du bist weit schlimmer als ein Christ. Du bist ein Heide, ein Götzendiener.« »Ja, ich bin ein Heide und ebenso zuwider wie die dürren, freudlosen Hebräer sind mir die trüben, quälsüchtigen Nazarener. Unsere liebe Frau von Sidon, die heilige Astarte, mag es mir verzeihen, dass ich vor der schmerzenreichen Mutter des gekreuzigten Niederknie und bete. Nur meine Knie und meine Zunge huldigt dem Tode. Mein Herz bleibt treu dem Leben. Aber schau nicht so sauer«, fuhr der Spanier fort in seiner Rede, als er sah, wie wenig dieselbe den Rabbi zu erbauen schien. »Schau mich nicht an mit Abscheu. Meine Nase ist nicht abtrünnig geworden. Als mich einst der Zufall um Mittagszeit in diese Straße führte und aus den Küchen der Juden mir die wohlbekannten Düfte in die Nase stiegen, der erfasste mich jene Sehnsucht, die unsere Väter empfanden, als sie zurückdachten an die Fleischtöpfe Ägyptens. Wohlschmeckende Jugenderinnerungen stiegen in mir auf. Ich sah wieder im Geiste die Karpfen mit brauner Rosinensauce, die meine Tante für den Freitagabend so erbaulich zu bereiten wusste. Ich sah wieder das gedämpfte Hammelfleisch mit Knoblauch und Mairettig, womit man die Toten erwecken kann, und die Suppe mit schwärmerisch schwimmenden Klößchen. Und meine Seele schmolz wie die Töne einer verliebten Nachtigall, und seitdem esse ich in der Garküche meiner Freundin Donna Schnapper-Elle. Diese Garküche hatte man unterdessen erreicht. Schnapper-Elle selbst stand an die Türe ihres Hauses, die Messfremden, die sich hungrig hineindrängten, freundlich begrüßend. Hinter ihr, den Kopf über ihre Schulter hinauslehnt, stand der lange Nasenstern und musterte neugierig ängstlich die Ankömmlinge. Mit übertriebener Grandessa nahte sich Don Isaak, unserer Gastwirtin, die seine schallhaft tiefen Verbeugungen mit unendlichen Knixen erwiderte. Darauf zog er den Handschuh ab von seiner rechten Hand, umwickelte sie mit dem Zipfel seines Mantels, ergriff damit die Hand der Schnapper-Elle und strich sie langsam über die Haare seines Sturzbartes und sprach. Signora, eure Augen wetteifern mit den Gluten der Sonne. Aber obgleich die Eier, je länger sie gekocht werden, sich desto mehr verhärten, so wird dennoch mein Herz nur umso weicher, je länger es von den Flammenstrahlen eurer Augen gekocht wird. Aus der Dotter meines Herzens flattert hervor der geflügelte Gott Amor und sucht ein trauliches Nestchen in eurem Busen. Diesen Busen, Signora, womit soll ich ihn vergleichen? Es gibt in der weiten Schöpfung keine Blume, keine Frucht, die ihm ähnlich wäre. Dieses Gewächs ist einzig in seiner Art. Obgleich der Sturm die zartesten Röslein entblättert, so ist doch euer Busen eine Winterrose, die allen Winden trotzt. Obgleich die saure Zitrone, je mehr sie altert, nur desto gelber und runzlicher wird, so wetteifert dennoch euer Busen mit der Farbe und Zartheit der süßesten Ananas. O Signora, ist auch die Stadt Amsterdam so schön, wie ihr mir gestern und vorgestern und alle Tage erzählt habt, so ist doch der Boden, worauf sie ruht, noch tausendmal schöner. Der Ritter sprach diese letzteren Worte mit erheuchelter Befangenheit und schielte schmachtend nach dem großen Bilde, das an Schnapper-Elles Halse hing. Der Nasenstern schaute von oben herab mit suchenden Augen und der belobte Busen setzte sich in eine so wogende Bewegung, dass die Stadt Amsterdam hin und her wackelte. Ach, seufzte die Schnapper-Elle, Tugend ist mehr wert als Schönheit. Was nützt mir die Schönheit? Meine Jugend geht vorüber und seit Schnapper tot ist, er hat wenigstens seine Hände gehabt. Was hilft mir da die Schönheit? Und dabei seufzte sie wieder und wie ein Echo, fast unhörbar, seufzte hinter ihr der Nasenstern. Was euch die Schönheit nützt, rief Don Isaak, o Donner-Schnapper-Elle, versündigt euch nicht an der Güte der schaffenden Natur, schmäht nicht ihre holdesten Gaben. Sie würde sich furchtbar rächen. Diese beseligenden Augen würden blöde verglasen, diese anmutigen Lippen würden sich bis ins Abgeschmackte verblatten, dieser Keuche, liebesuchende Leib würde sich in eine schwerfällige Talgtonne verwandeln, die Stadt Amsterdam würde auf einen muffigen Morast zu ruhen kommen. Und so schilderte er Stück vor Stück das jetzige Aussehen der Schnapper-Elle, so dass der armen Frau sonderbar beängstigend zumute ward und sie den unheimlichen Reden des Ritters zu entrinnen suchte. In diesem Augenblicke war sie doppelt froh, als sie der schönen Sarah ansächtig ward und sich angelegentlichst erkundigen konnte, ob sie ganz von ihrer Ohnmacht genesen. Sie stürzte sich dabei in ein lebhaftes Gespräch, worin sie alle ihre falsche Vornehmtuerei und echte Herzensgüter entwickelte und mit mehr Weitläufigkeit als Klugheit die fatale Geschichte erzählte, wie sie selbst vor Schrecken fast in Unmacht gefallen wäre, als sie wildfremd mit der Dreckschwitz zu Amsterdam ankam und der spitzbübische Träger ihres Koffers sie nicht in ein ehrbares Wirtshaus, sondern in ein freches Frauenhaus brachte, was sie bald gemerkt an dem vielen Brandweingesöffe und den unsittlichen Zumutungen. Und sie wäre, wie gesagt, wirklich in Unmacht gefallen, wenn sie es während den sechs Wochen, die sie in jenem verfänglichen Hause zubrachte, nur einen Augenblick wagen durfte, die Augen zu schließen. Meiner Tugend wegen, setzte sie hinzu, durfte ich es nicht wagen, aber das alles passierte mir wegen meiner Schönheit. Aber Schönheit vergeht und Tugend besteht. Don Isaac war schon im Begriff, die Einzelheiten dieser Geschichte kritisch zu beleuchten, als glücklicherweise der Schäle Aaron Hirschkuh von Homburg an der Lahn mit der weißen Serviette im Maule aus dem Hause hervorkam und ärgerlich klagte, dass schon längst die Suppe aufgetragen sei und die Gäste zu Tische säßen und die Wirtin fehle. Leider endet an dieser Stelle das Hörbuch. Heinrich Heiner hat es versäumt, den Rabbi von Bacharach zu Ende zu schreiben. Und so können wir nur mutmaßen, wie diese Geschichte vielleicht geendet hätte. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß beim Zuhören und freue mich, wenn ihr mir ein Like hinterlasst oder noch besser meinen Kanal abonniert. Vielen Dank und bis bald.